so hi und hallo mal wieder wie ihr seht öffne ich heute wieder ein paar disney violetta booster und zwar von stapel 3 5 booster mitgebracht weil ich habe die hoffnung dass ich so langsam die sammelmappe stapel 3 vollständig habe oder voll kriege ganz wie ihr sehen wollt na muss ich doch wieder meine schere holen und ihr kostet mir natürlich habt ihr eure sammelmappe schon vollständig habt oder wie viel euch noch fehlen ganz egal was hier könnt ihr mir alles posten über violetta staffel 3 oder eben wenn ihr sie nicht sammelt sondern nur die stickers könnte mir natürlich ja auch in die kommentare reinschreiben ich hoffe mal dass ich jetzt wenigstens einige dabei habe die ich noch nicht habe in meiner sammelmappe dass ich so langsam das projekt violetta staffel 3 abschließen kann und wer jetzt erst damit gerne anfangen möchte ich werde immer versuchen unter video zu verlinken wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt günstig müsst ihr selber immer schauen weil teilweise wenn die booster älter sind kosten sie mehr oder wenn ihr mehrere nehmt sind sie billiger ganz egal müsst ihr immer wieder mal reinschauen weil die preise die verändern sich ja sowieso immer ich sag mal alle zwei drei tage auf jeden fall ach jetzt habe ich aber eine schon mehrere doppelte schon dabei die kenne ich noch gar nicht also das müsst ihr wollen ganz neue auch schon haben und wie gesagt auf jeden fall kommentieren wie ihr überhaupt violetta staffel 3 findet weil das würde mich echt interessieren wie viel da zusammenkommen oder wenigstens daumen hoch da lassen dass ich weiß es sind einige echt mal gespannt jetzt kommen die doppelten aber richtig in vorschein so und nun sind wir an fünften und letzten booster für heute allerdings nur von violetta staffel 3 aber das wisst ihr ja also genießen wir jetzt die letzten training cards disney violetta staffel 3 wie gesagt kommentiert mir das ruhig alles wie es euch gefallen hat oder auch nicht ganz egal was könnt ihr ruhig machen das waren jetzt meine fünf booster der violetta staffel 3 und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu